Willkommen zurück. Wir sind immer noch hier im schönen Sonnenuntergang und haben Hunger. Was so langsam, ja, davon ich hoffe, dass das so langsam mal unter Kontrolle kommt. Aber wir haben ja vorhin, beziehungsweise in der letzten Folge, haben wir gesehen, dass die Dorfbewohner da hinten die richtigen Erdbeeren haben, die wir auch haben wollen. Und hier ist bisher nichts gewachsen und ich gehe auch nicht davon aus, dass da noch was passiert. Deswegen packe ich diese Bücher mal woanders hin, wo sie nicht stören. Ich meine, stören tun sie da auch nicht. Haben wir da wieder... Ah, ich dachte, das wäre so ein Gartending. Hat mich schon gefreut. Die packen wir mal hier drüben ins andere Biom, da stören sie nicht und sehen vielleicht auch noch ein bisschen schön aus. Dankespiel. So, wir haben hier ein paar Erdbeerbüsche. So, aber ich muss jetzt gucken, dass ich schnell ins Bett komme. Denn Regen plus Dunkelheit ist nicht so toll, sowohl was Sicht als auch das Überleben angeht. Ich glaube, auf YouTube sollte man jetzt so fast gar nichts mehr sehen. Das sieht aber geil aus. Der Horizont brennt. So, aber wir gehen jetzt erstmal ins Bett. Gute Nacht. Ah, und es hört auf zu regnen. Wunderbärchen. Aber halt bekanntes Problem. Wir haben immer noch nichts zwischen den Weißaschen. Was schlecht ist. Hier ist noch nichts weiter gut. Schade. Ich laufe jetzt einfach mal hier so ein bisschen die Gegend ab und hoffe, dass wir nochmal so ein Gartenfeld finden. Die sind ja immer hier so ein bisschen random verteilt. Und wir haben bei weitem noch nicht alles von unserer auch nur näheren Umgebung erkundet. Deswegen kann da immer mal noch irgendwas dazwischen sein. Und das Gute ist, die leuchten ja auch so ein bisschen raus. Sollte man die recht gut sehen. Weil man doch sagen muss, jetzt wo die Sonne so grell scheint, leuchtet alles so ein bisschen. Was ist denn da hinten? Das ist ein Loch. Ach, das sind Schweine. Okay. Ich dachte gerade, was ist denn das für eine Farbe da mittendrin? Die haben sich auch nicht bewegt. Oh. Das haben wir gesucht. Wintersquash haben wir schon. Zucchini haben wir glaube ich auch. Also können wir die Dinger essen, was wir jetzt auch dringend nötig haben. Hm. Mit dem Hunger wird es so langsam echt problematisch. Weil ich jetzt auch am besten nicht so weit. von unseren Feldern weggehen sollte. Sonst wächst der Kram nämlich nicht. Ach. Verdammig. Ich bin immer noch begeistert. Es sind jetzt schon Boah, bestimmt acht, neun Folgen. Ich bin mir gerade gar nicht mal so sicher, in welcher Aufnahme ich gerade bin. Aber ich bin immer noch begeistert von diesem Biom. Ich finde es einfach nur schön. Und wir sind schon wieder am Verhungern. Ach komm schon. Aber da ist glaube ich was gut. Ja. Es wird irgendwie immer weniger, was wir da rausbekommen. Kann das sein? So. Wir haben Brot. Was wir auch so gleich verzehren. Hinten irgendwie, das dauert ewig. Das ist unpraktisch. So. Aber anstatt hier jetzt einfach nur hin und her zu laufen und uns selbst zu bemitleiden, machen wir mal noch was Sinnvolles. Können wir noch den Baum da hinten fällen. Denn so viel Holz haben wir jetzt auch nicht mehr. Dazu machen wir uns mal noch schnell eine weitere Axt. Äh, da. Na. Und legen mal los. Ja. Und altbekannt. Wieder in der Spirale hoch. Muss jetzt auch mal schauen. Weil lange geht das nicht mehr gut ohne Eisen. Das Holz geht ja jetzt zum Glück ganz... Wir kriegen so viel von diesem Harz. Da sollte ich gleich mal gucken, was man damit machen kann. Äh, was wollte ich sagen? Ja, ähm, das Holz geht zwar noch recht gut, aber wir hatten ja das große Glück in unserer Mine so einen festen Stein zu haben, wo das ewig dauert. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe, wir haben Glück und wenn wir, äh, ein bisschen nach unten gehen, dass wir da eine andere Gesteinsschicht treffen. Weil ich glaube, die ganze Zeit nur mit diesem roten Granit sich rum zu ärgern, ist auch dauer, glaube ich, ein bisschen blöd. Wie weit geht denn der Baum noch? War der so hoch? Ah, hier sind wir gleich an der Spitze. Sehr gut. Ja, ich muss sagen, ich war ganz glücklich, als sie diese zweimal zwei Bäume eingefügt haben. Also ist das Holzhacken wesentlich angenehmer. Ich muss mal überlegen, man hatte früher immer diese riesigen Baumplantagen. Ähm, und wer Minecraft schon etwas länger spielt, so wie ich, ändert sich vielleicht noch, dass die Reichweite, in der man Blöcke abbauen konnte, früher noch ein Stückchen kürzer war. Und da hat man die ganze Zeit praktisch, ähm, darauf achten müssen, dass man nicht den untersten abbaut, sondern auf den noch draufspringen kann, damit man alles bekommt. Und dann gab es teilweise eben noch Bäume, bei denen selbst das nicht gereicht hat. Ich glaube, das waren die Birken. Die konnten eine Höhe haben, wo man praktisch sich nochmal eins hochbauen musste. Bei den normalen hat es, glaube ich, immer gereicht, wenn man das unterste stehen lässt. Aber ja, das waren noch Zeiten. Da haben wir immer früher versucht, alles unterirdisch zu bauen, weil wir keine Monster haben wollten. Weil damals gab es ja auch noch keine Betten. Da musste man ja wirklich sich noch durch die Nacht prügeln. Ach ja, das mit Minecraft, es hat schon einen langen Weg hinter sich. So, was mich jetzt aber auch noch interessiert, was auch kritisch wäre, sind die Zäune, die ich da machen will, auch wirklich Zäune. Und da kann man da einfach drüber springen, weil für Tiere, es soll ja Tiere abhalten, da reinzulaufen. Bei dem Gemüse-Ding ist es noch nicht so dramatisch, aber bei Tiergehegen nachher könnte das ein Problem sein. Da müssen wir uns dann vielleicht doch was anderes suchen. weil die normalen Pfosten sind ja leider nur einen Block hoch. Da kann man ja drauf springen. Müssen wir nachher probieren. So, jetzt können wir hier aber endlich mal noch unsere Wände zimmern. Zock, zock, zock und zack. So, hier die hintere Wand war auch noch nicht ganz fertig. fehlen noch zwei. So, verdammt. So, und dann lassen wir hier ein kleines Fenster. Hier unten haben wir eh keinen Platz, das dient nur als Eingangsbereich und ja, so ein bisschen als Treppenhaus. Da brauchen wir keine großen Fenster. Dafür haben wir nachher im oberen Stockwerk schön große weite Fenster. Das wird schön. Gut. Oder auch nicht. Ich dachte, wir hätten schon mehr. Das war es schon wieder mit unserem Stein. Es ist ein Träumchen. Ein richtiges, richtiges Träumchen. Können wir damit einen Ofen bauen? Nein. wird es damit auch nicht gehen. Aber wirklich den Cobblestone haben. Das ist doch scheiße. Hier hätte ich gerne einen zweiten. Hier die Wand noch fertig. Hier noch zwei, hier noch eins. Schatz. So. Und das wäre es dann auch mit unserem Stein. Ich schaue jetzt einmal mal, wie das hier mit dem Harz aussieht. Das würde mich jetzt mal interessieren, weil da haben wir so viel von mittlerweile. Und es wäre ganz cool, oh, da war es doch, wenn wir damit was Schönes machen könnten. Ja, zehn Prozent als Drop von, ach, das ist wirklich auch nur Spruce Wood. Interessant. Das kann man daraus machen. Ah. Einmal hier Alchemiekram, das ist in Ordnung. Aber was viel Interessantes, es ist einfach ein Ersatz für Slime. Und wir sind schon wieder am Fahrungern. Schade. Ich glaube, jetzt wird es richtig knapp. Jetzt müssen wir glaube ich doch hier vorne unsere Kühe umbringen. Verdammt, 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 verdammt. Es wird einfach nichts gut. Ich glaube, dass wir einfach instant tot umfallen, wenn unsere Leiste leer wird. Oh, kriegen wir es noch gekocht? Zur Not müssen wir eins roh reinschaufeln. Und wir werden natürlich langsamer, was das Ganze nicht besser macht. Und es wird dunkel. Wir haben kein einziges Monster momentan. Also wir haben bisher noch gar kein Monster gesehen. Aber wir kämpfen trotzdem hier wirklich um zu überleben. Ich finde es gut. Also ich finde es wirklich gut. Ist halt eine Herausforderung eben auf einem wirklichen ja, Survival-Level. Wir müssen gucken, dass wir nicht verhungern. So. Schnell essen und dann ab ins Bett springen. Bevor hier die Monster jetzt spawnen. Bei Hunger und Monster muss es nicht unbedingt sein. so. Puh. Ich hoffe, am nächsten Tag wird nochmal etwas auf unseren Feldern gut, weil sonst wird es eng. Das ist jetzt ja schon extrem eng. so. Dich noch essen. Und das war's dann auch schon wieder. Ich glaube, ich opfere unsere letzten beiden Eisenbarren und erweitere das Feld. noch mal Sticks und mal wieder eine Hoe. Hier hat immer Wasser drin, alles klar. So. Mehr zu pflügen lohnt sich nicht, da wir nicht die Seeds haben, das auszufüllen. Denken wir mal mit dem restlichen, also mit der restlichen Haltbarkeit gehen wir hier nochmal drüber. Aber wie es aussieht, pflanzen die sich hier wirklich selber ein. Das finde ich echt eine gute Idee. So. Dann kann der nächste wieder wachsen. die Seeds würde nicht so weit weg springen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle habe. sieh immer so aus. Okidoki. So. es wird natürlich nichts gut. Oh doch. Drei Stück. ist auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ach Gott. Was machen wir denn jetzt? Ohne was zu essen können wir auch nicht wirklich hinten zur Mine gehen. Wir werden auch sehr schnell wieder zurücklaufen müssen, weil wir nichts mehr zu fressen haben. Und das Problem wird sein, hier wird dann auch nichts zu essen sein. Hm. Gehen wir mal ein bisschen die nähere Umgebung erkunden, ob wir noch irgendwas schönes finden. Was ist das da drüben? Das ist normales Gras oder ja. Hm. Das sollt man vielleicht auch mal hier in das andere Biom ein bisschen gehen. Da gibt es vielleicht noch andere Sachen. Nicht nur vielleicht, sondern sogar mit ziemlicher Sicherheit. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier rüber schauen. Ach, eine Ente. Wie cool. Wack, wack. Ich nehme sie mit nach Hause und nenne sie Donald. Donald. Wow. Ich finde es auch schön, dass sie die normalen Bambus. Cool. Wofür haben wir das gebraucht? Ach, nee, das war der Schizzle. Und den konnte man ja auch mit einem normalen Stick machen, deswegen ist das doch uninteressant. Was ist das da oben? Ist das Blumen? Oder ist das was? Nein, es sind Garten. Was haben wir rausbekommen? Brussels Sprout, Brokkoli und Lauch. Und Artischocken. Brokkoli können wir essen, da haben wir schon Silz für. Davon noch nicht, davon noch nicht und Lauch reicht, wenn wir uns eins aufheben. So kann man so nicht nachrücken. Das ist ein bisschen gefährlich, sage ich mal. Blackberries, Pilze, Blumen. Na. Hier sind ziemlich viele Enten, kann das sein? und Sumpfgebiet, soweit das Auge reicht. Es gibt neue Arten von Hängepflanzen. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, und hier sind wir jetzt in dem Roof Forest drin. Alles klar. Japanese Ivy, okay. Oh, sogar mit Blumen. Es gibt hier aber noch so viel zu entdecken. Ach du Gott. Ach du ach du Gott. Entschuldigung, wenn ich hier beim Rumlaufen ein bisschen stiller bin, ich gucke mich ja auch ein bisschen konzentriert um. Für mich ist das ja auch noch alles neu. Oh, ist das Baumwolle? Textilegarden, da kriegen wir auf jeden Fall Baumwolle raus. Ja. Oh, ja. Oh, nein. Oh, ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn wir jetzt hier Rotten Flesh essen. Ich probiere es besser davor erstmal nicht. Jetzt muss ich doch mal gucken, kann man das einfach abernten? Oh. Kann man, aber es bringt einem nichts. Oh, eine Königsorchidee. Stark. Also das soll uns jetzt erstmal reichen. Wir gehen jetzt nochmal zurück, hoffen, dass unsere Felder mal ein bisschen Ertrag bieten. ansonsten haben wir Baumwolle, die man noch ein bisschen nebendran anpflanzen kann. Oh. Ah, okay, einfach Blumen. Dann können wir mal gucken, ob die Zäune so funktionieren. Alter. Bloß weg. weg. Ähm, ja, gucken, ob die äh, ja, die, äh, die, 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 die Zäune, die Zäune, ob die so äh, funktionieren, wie ich das möchte. Nämlich, dass sie wirklich die Funktion als Zaun erfüllen und nicht als äh, ja, als Block, wo man sowieso drüber springen kann. Dummdi-Dumm. So. Ähm, ist irgendwas gut? Nein? Hier? Verdammt. Hier, hier, hier. Seht nicht so aus. Hm. So eine doofe Sache. Grows best in Forest und Plains. Hm. Wir haben kein Eisen mehr für eine Hacke, ne? Verdammt. Wie ist das mit den Seeds? Okay, so. Pflanze ich hier mal zwei Stück einfach hier an. Die werden zwar da nicht dauerhaft bleiben, aber dann haben wir wenigstens schon mal ein bisschen was, was nachproduziert und ansonsten ist, ah, drei, okay. Machen wir mal so und dann schauen wir mal, ob das so funktioniert, Entschuldigung, funktioniert, wie ich das möchte. und die Frage, wie war das Rezept? Müsste ich mal nochmal nachschauen. So, hier waren die, was waren die hier? Zwei davon, zwei davon. Simple. So, ich hoffe, ihr seid mehr als nur einen Block hoch. Ja, seid ihr. Perfekt. Sieht auch ein bisschen komisch aus, aber ist dann ebenso. Und falls es mir irgendwann nicht mehr gefallen sollte, ach ne, da muss man eine Axt mit reinmachen, ne? Ja. Mal so. Und so. Ja, wenn es mir irgendwann nicht mehr gefallen sollte, da setzen wir das eben durch einen anderen Zaun. Wobei, es sieht schon ein bisschen wuchtig aus, ne? Benutze ich dann doch die normalen Zäune oder soll ich solche Eisenzäune benutzen? Muss ich mir alles mal angucken. Aber die Folge ist auch schon wieder zu Ende, wie ich sehe. Deswegen ich hoffe, ihr habt Spaß immer noch nach all der Zeit und bis vielleicht zum nächsten Mal.